Das große Missverständnis um glutenfreie Ernährung bei Kindern Hast du schon mal von der glutenfreien Ernährung für Kinder gehört? Es ist ein Thema, das in letzter Zeit viel diskutiert wird. Doch was viele Eltern nicht wissen, glutenfrei ist nicht immer gesünder. In diesem Blogbeitrag erfährst du, warum es wichtig ist, die Ernährung deines Kindes genau zu durchdenken. Warum ist glutenfreie Ernährung für Kinder wichtig? Das Thema ist in den letzten Jahren immer präsenter geworden. Immer mehr Eltern entscheiden sich dafür, ihre Kinder auf eine glutenfreie Diät umzustellen. Doch warum eigentlich? Eine glutenfreie Ernährung kann bei Kindern mit Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit lebensnotwendig sein, da das Gluten im Körper eine Entzündungsreaktion auslöst und die Darmflora schädigen kann. Aber auch für gesunde Kinder kann eine glutenfreie Ernährung von Vorteil sein. So kann sie beispielsweise zu einer verbesserten Verdauung führen, das Immunsystem stärken und die Konzentration fördern. Was sind die Vorteile einer glutenfreien Ernährung bei Kindern? Allerdings sollten Eltern darauf achten, dass ihre Kinder trotzdem ausreichend Nährstoffe zu sich nehmen und nicht auf wichtige Lebensmittel verzichten müssen. Eine Rücksprache mit dem Kinderarzt oder einem Ernährungsberater kann hierbei hilfreich sein. Warum ist glutenfreie Ernährung für Kinder wichtig? Eine glutenfreie Ernährung kann bei Kindern mit Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit eine enorme Verbesserung der Symptome bewirken. Aber auch für Kinder ohne diese Diagnosen kann eine glutenfreie Ernährung von Vorteil sein. Eine Studie hat gezeigt, dass eine glutenfreie Diät bei Kindern mit Autismus-Spektrumstörungen zu einer Reduktion von Verhaltensproblemen und einer Verbesserung der sozialen Interaktion führen kann. Eine weitere Studie zeigte, dass eine glutenfreie Diät bei Kindern mit ADHS zu einer Abnahme der Hyperaktivität und einer Verbesserung der Aufmerksamkeit führte. Es gibt also einige Gründe, warum eine glutenfreie Ernährung für Kinder vorteilhaft sein kann. Wann sollte ein Kind auf eine glutenfreie Diät umgestellt werden? Diese Frage beschäftigt viele Eltern, die sich Sorgen um die Gesundheit ihres Kindes machen. Grundsätzlich sollte eine glutenfreie Ernährung nur dann in Betracht gezogen werden, wenn das Kind tatsächlich an Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit leidet. Eine Umstellung auf glutenfreie Ernährung ohne medizinische Notwendigkeit kann zu einem Mangel an wichtigen Nährstoffen führen und ist daher nicht empfehlenswert. Es ist wichtig, dass Eltern bei Verdacht auf eine Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie einen Arzt aufsuchen und sich von diesem beraten lassen. Nur so kann eine korrekte Diagnose gestellt und eine passende Therapie gefunden werden. In jedem Fall sollten Eltern jedoch darauf achten, dass ihre Kinder ausgewogen und gesund essen und dabei auch auf eine abwechslungsreiche Ernährung achten. Welche Lebensmittel können in einer glutenfreien Diät verzehrt werden und welche nicht? Wenn Dein Kind auf eine glutenfreie Diät umgestellt wird, kann es schwierig sein zu wissen, welche Lebensmittel erlaubt sind und welche nicht. Glücklicherweise gibt es viele natürliche glutenfreie Optionen wie Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Nüsse. Beim Einkaufen von glutenfreien Produkten ist es wichtig, die Etiketten sorgfältig zu lesen und nach Zertifizierungen wie dem Glutenfrei Symbol zu suchen. Es ist auch hilfreich, Marken auszuwählen, die sich auf die Herstellung von glutenfreien Produkten spezialisiert haben. Wenn Du unsicher bist, ob ein bestimmtes Lebensmittel sicher für Dein Kind ist oder nicht, frage immer einen Arzt oder Ernährungsberater um Rat. Milchprodukte sind ebenfalls in Ordnung, solange sie nicht mit Glutenzusätzen hergestellt wurden. Es ist auch wichtig zu beachten, dass viele verarbeitete Lebensmittel wie Brot, Kekse und Nudeln Gluten enthalten können. Es gibt jedoch auch viele glutenfreie Alternativen dieser Produkte auf dem Markt. Wenn Du als Elternteil beschließt, Dein Kind auf eine glutenfreie Diät umzustellen, ist es wichtig, beim Einkaufen von Lebensmitteln besonders aufmerksam zu sein. Gluten kann in vielen Lebensmitteln versteckt sein, die man auf den ersten Blick nicht damit in Verbindung bringen würde. Worauf müssen Eltern beim Einkaufen von glutenfreien Produkten achten? Fazit Das große Missverständnis um die Notwendigkeit der glutenfreien Ernährung bei Kindern. Beim Kauf von glutenfreien Produkten sollten Eltern daher immer die Zutatenliste sorgfältig lesen und sich über mögliche Kreuzkontaminationen informieren. Es ist auch wichtig zu beachten, dass viele glutenfreie Produkte oft mehr Zucker und Fett enthalten als ihre glutenhaltigen Pendants. Daher sollten Eltern darauf achten, dass sie eine ausgewogene Ernährung für ihr Kind sicherstellen und nicht einfach nur auf glutenfreie Produkte setzen. Wenn Du unsicher bist, welche Produkte für Dein Kind geeignet sind, sprich am besten mit einem Ernährungsberater oder einem Arzt. Das große Missverständnis um die Notwendigkeit der glutenfreien Ernährung Bei Kindern ist ein Thema, das Eltern immer wieder beschäftigt. Viele glauben, dass eine glutenfreie Diät gesünder und besser für ihre Kinder ist, obwohl es dafür keine medizinische Indikation gibt. Tatsächlich kann eine glutenfreie Ernährung für Kinder sogar Nachteile haben, da sie möglicherweise nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden und sich dadurch negativ auf ihre Gesundheit auswirken kann. Es ist wichtig zu verstehen, dass nur Kinder mit Celiaki oder einer Glutenunverträglichkeit eine glutenfreie Diät benötigen und dass eine solche Diät nur unter ärztlicher Aufsicht begonnen werden sollte. Eltern sollten sich daher immer an einen Facharzt wenden, bevor sie ihr Kind auf eine glutenfreie Ernährung umstellen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass viele Lebensmittel ohne Gluten erhältlich sind, aber auch teurer sein können als herkömmliche Produkte. Beim Einkauf von glutenfreien Produkten sollten Eltern darauf achten, dass diese ausreichend Nährstoffe enthalten und nicht übermäßig verarbeitet sind. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukten kann für die meisten Kinder geeignet sein und muss nicht zwangsläufig glutenfrei sein.